Ich bin so am schwitzen, Leute. Ich bin so am schwitzen. Fuck, ey. Diese Wohnung, 100 Grad. Egal. Also sollte mein T-Shirt in der nächsten halben Stunde dunkelrot werden? Das ist ein Stimmungst-T-Shirt. Herzlich willkommen, liebes Internet. Ich möchte heute mit euch über was sprechen, was in letzter Zeit bei mir voll aktuell war. Und das Video liegt mir irgendwie voll am Herzen. Heute soll es nämlich über das Thema Selbstliebe gehen. Ja, ich weiß, der Begriff ist super ausgelutscht irgendwie, aber trotzdem ist es immer noch eine Emotion und eine Tat, die wir nun mal alle tun. Und versteht ihr, wie ich das meine? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber sobald ich irgendwo im Internet das Thema Selbstliebe lese, bin ich schon so... Ich habe es zu oft gelesen. Ich habe es zu inflationär gelesen. Das ist halt manchmal so auf Social Media. Da kommen irgendwie so Themen, die aufgearbeitet werden, kollektiv. Und irgendwann denkt man dann so, oh, habe ich jetzt auch gar keine Lust mehr, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz ist Selbstliebe etwas sehr, sehr Wichtiges, Essenzielles für das Glück eines Menschen. Für mich, für euch, für uns alle. Ich habe ein bisschen so ein... was in meinem Denken verändert und durch ein bestimmtes System. Und ich würde euch das heute gerne vorstellen, weil ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht die ein oder andere Person diesen kleinen Denkanstoß vielleicht auch in eine gute Richtung bringen könnte, so wie es mich in eine gute Richtung gebracht hat. Ja, ich glaube, so könnte man es. Es war wirklich sehr schwammig, Leute. Ich werde gleich konkreter. Reden wir doch mal über dieses Wort Selbstliebe. Ich weiß nicht, geht es nur mir so? Ich finde, das ist ein Begriff, der ist irgendwie super schwer zu greifen. In meinem Gefühl irgendwie nochmal ein bisschen schwieriger sogar als das Wort Liebe. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so empfindet, wahrnehmt wie ich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine... ich sehe jetzt ein anderes Lebewesen, ja? So, ich sehe jetzt einen süßen Hund, eine süße Ente, meinen süßen Freund und ich beobachte die so und dann habe ich so ein Gefühl der Liebe, der Romantik oder der... Dann kommt Oxytocin. Wisst ihr, dann kommen so Hormone ins Spiel, wo man so denkt so, oh, du bist so schön, du bist so toll, ich will dich knuddeln. Solche Gefühle. Es ist wahrscheinlich Oxytocin. Ich fühle jetzt in Bezug auf mich selten Oxytocin. Ja, jetzt ist die Frage, kann ich ja auch mal hinterfragen. Vielleicht tun das andere ja schon. Vielleicht gucken andere in den Spiegel und denken, oh mein Gott, du bist so süß, du bist so toll. Ich möchte dich jetzt ganz doll in den Arm nehmen. Also das kann ich natürlich schon hervorrufen, aber das ist jetzt nichts, was ich so im Alltag habe. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu hinterfragen, was ist eigentlich diesen Selbstliebe? Also wie macht sich das bemerkbar? So, ich habe schon mal eigentlich keine großen Probleme. Ich weiß, ja, wir wissen alle, Jocko hat eine Thematik mit ihrem Körper am Laufen. Arbeiten wir dran? Auch eine Art der Selbstliebe. Aber so insgesamt habe ich jetzt Gott sei Dank nicht diese Problematik, dass ich zum Beispiel sonst schlechte Sachen über mich denke. Ich denke jetzt nicht, ich bin dumm, ich bin faul, ich bin nicht gut genug. Das sind ja auch so negative Glaubenssätze, mit denen super viele Menschen durch die Gegend laufen, weil sie vielleicht, keine Ahnung, in ihrer Kindheit was mitbekommen haben, Erfahrungen gemacht haben und so weiter. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Thematik. Aber ich habe so wirklich überlebt, was ist eigentlich so Liebe und auch Selbstliebe? Es ist etwas, was man fühlt, aber es sind auch Dinge, die man tut. Was, also, wisst ihr, Liebe ist jetzt einfach so ein Gefühl. Manchmal, also wisst ihr, wie ich das meine? Ich gucke meinen Freund zwischendurch an und dann spüre ich so ganz starke Liebe. Liebe, aber das fühle ich ja nicht 24-7. Ich stehe ja nicht 24-7 vor meinem Freund und gucke den an und denke so, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Manchmal denke ich auch, du nervst mir echt, ich will dich vom Balkon, nein, das wollte ich gerade wirklich sagen, ich will dich vom Balkon schubsen. Ich würde natürlich niemals sagen, dass ich mir vom Balkon schubsen. Aber ihr versteht, wo ich herkomme, oder? Manchmal denke ich auch, du bist doof. Wieso hast du nicht aufgeräumt? Wieso hast du aufgeräumt? Wo sind meine Sachen? Keine Ahnung, wie das halt so ist in einer alltäglichen Beziehung. Aber wie drücke ich denn eigentlich in diesen Zeiten meine Liebe aus? Weil die Liebe ist ja konstant irgendwie da, aber ich denke ja nicht den ganzen Tag drüber nach. Indem ich bestimmte Verhaltensweisen an den Tag lege. Und darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ich habe schon mal ein Video gemacht, das heißt, die fünf Sprachen der Liebe, das kann ich hier oben mal verlinken. Was ich sagen wollte ist, ich glaube, das ist eine Thematik, die mittlerweile flächendeckend bekannt ist. Das ist einfach ein System. Das ist eine Person, hat irgendwann mal überlegt, dass man verschiedene Dinge, die man tut, also für andere Personen, die man liebt, in fünf Sprachen aufteilen oder kategorisieren kann. Auf welche Art und Weise man jemandem liebe spricht? In welcher Sprache drückst du deine Liebe aus? So nach dem Motto. Es ist natürlich nur ein System, also all diese Kategorien, egal ob wir jetzt um die fünf Sprachen der Liebe oder auch persönlich über Persönlichkeitstypen oder whatever sprechen, das sind ja alles nur Schubladen, die wir Menschen erfinden, um irgendwie Dinge besser greifen zu können. Nageln wir uns nicht auf fünf fest, wir könnten es wahrscheinlich auch in zehn oder 15 oder drei unterteilen, aber wir arbeiten jetzt mal mit dem System, was es schon gibt. Vielleicht erinnert ihr euch da dran. Falls nicht, könnt ihr euch das angucken, da rede ich auch nochmal genauer darüber. Auf welche Art und Weise drückt man seine Liebe eigentlich aus? Liebe ist zwar ein Gefühl, aber die Konsequenzen dieses Gefühl sind eigentlich Dinge, die man tut, wegen oder für eine Person. Also eigentlich ist es ja, man möchte, dass, also in einer gesunden Beziehung, dass eine Person, die man liebt, sich gut fühlt. Und deswegen möchte man dieser Person Liebe zeigen, damit sie sich geliebt fühlt. Und das machen wir durch die unterschiedlichsten Dinge, durch Berührungen, durch, ja, durch Umarmungen, also das, Umarmungen sind Berührungen, durch Berührungen, durch Gesten, durch Worte und so weiter. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und irgendwann vor Monaten habe ich ein Fünf-Sekunden-TikTok gesehen von einer Person, ich wünschte, ich könnte sie verlinken und Credits geben, aber ich habe es nicht mehr gefunden, die gesagt hat, schon mal drüber nachgedacht, dass man die Fünf-Sprachen der Liebe auch auf sich selbst anwenden kann. Ich habe mich wirklich aktiv hingesetzt und habe überlegt, was bedeutet das überhaupt? Was für Sprachen der Liebe spreche ich? Und wie könnte es aussehen, die auf mich selbst anzuwenden? So, und das ist die Thematik, mit der ich heute über euch sprechen möchte und euch einen kleinen Denkanstoß geben möchte, weil ich habe angefangen, meine Sprachen der Liebe, die ich spreche, selbst auf mich anzuwenden. Falls diese Thematik komplett neu für euch ist, kann ich euch empfehlen, vielleicht einfach mal den Test zu machen. Den werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Das ist ein Test, da könnt ihr einfach, ich glaube, das ist so Multiple Choice, dann klickt ihr so Sachen an und dann kommt hinterher das Ergebnis, welche Sprachen der Liebe ihr am stärksten sprecht. Und meine Theorie, die ich in diesem Video fahre, ist, die Sprachen, die ihr sprecht, wenn ihr euch das, was ihr sprecht, selber gebt, dann kann super viel Gutes passieren. Ich habe immer gesagt, ich liebe mich selbst, weil ich mag mich ja. Aber was mir auch aufgefallen ist, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, war, dass ich auch viele Dinge, die ich als Liebe empfinde, wie ich Liebe ausdrücke, für andere nicht für mich selber tue. Das bedeutet, obwohl ich mich nicht bestrafen möchte, ich mir nicht schaden möchte und ich sagen würde, dass ich mich gerne mag, dass ich mich liebe, habe ich manche Sachen, die mir richtig gut tun, nicht für mich getan. Und mir ist erst in den letzten drei Wochen bewusst geworden, wie viel Ungleichgewicht das in mein Leben gebracht hat. Unfassbar. Und ich werde euch heute berichten, je nachdem, welche Sprache der Liebe ihr sprecht, was ihr genau für euch tun könnt, um euch besser zu fühlen. Egal, ob ihr negative Glaubenssätze habt, egal, ob ihr vielleicht sagt, ihr hadert vielleicht sogar ein bisschen mit Selbstliebe und denkt schlechte Sachen über euch. Wenn ihr das vielleicht noch nicht gelöst habt, und ich glaube daran, ihr werdet es noch schaffen, Aber falls ihr das noch nicht gelöst habt, glaube ich, könnte es trotzdem ein guter Ansatz sein, sich erst mal Liebe zu zeigen und sich erst mal gut zu behandeln und auch so ein Shift irgendwie stattzufinden. Und wenn ihr vielleicht keine negativen Glaubenssätze über euch selbst habt und ihr seid fein mit euch, findet ihr vielleicht auch Sachen, die vielleicht gerade aus dem Gleichgewicht sind. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin aus dem Gleichgewicht, weil ich mir bestimmte Dinge nicht gegeben habe. Und das kann ganz, ganz tolle Konsequenzen haben. Also zum Beispiel, vielleicht habt ihr einen Mangel und könnt ihn ausgleichen. Also dass ihr zum Beispiel euch immer Partner sucht und versucht, eine bestimmte Liebe zu bekommen, weil euch die fehlt. Aber wenn ihr euch die selber gebt, dann braucht ihr das nicht mehr von jemand anderem. Und wenn dann jemand anders kommt und euch on top das auch noch gibt, dann ist das ein besonders schönes Gefühl, aber ihr seid nicht mehr abhängig davon. Und wenn dieser Partner oder diese Partnerin nicht mehr da ist, dann fühlt ihr euch trotzdem gut. Also das ist meine Ansicht vom Leben. Ich versuche, dass es mir einfach so gut wie möglich geht. Ja, das funktioniert nicht immer. Es gibt auch Krisen. Es gibt kein Hoch ohne das Tief, aber ich versuche doch dafür zu sorgen, dass es mir langfristig einfach so gut wie möglich geht. Immer so, ohne dass ich anderen damit schade. Wenn ihr mir die Frage stellt, Giacco, warum sprechen denn die einen Menschen diese Sprache stärker als die andere? Das kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur meine Vermutung sagen. Ich glaube, zum einen hat es einfach was mit der Sozialisation und Kindheit zu tun. Also ich stelle jetzt mal Vermutungen in den Raum. Vielleicht wurdet ihr als Kind ganz oft geknuddelt und so wurde euch Liebe gezeigt. Und deswegen, wenn das dann später Leute nicht bei euch machen, dann fühlt sich das Kacke an und ihr fühlt euch ungeliebt, weil ihr so Liebe kennengelernt habt. Vielleicht, keine Ahnung, hat euch früher, eure Eltern haben euch immer, wenn ihr traurig wart, einen Schokoriegel mitgebracht. Und deswegen habt ihr das Thema Geschenke über Essen oder so als Sprache der Liebe drin. Und ich glaube aber auch ein bisschen, und das ist nur meine persönliche Vermutung, das hat niemand sonst gesagt. Ich beschäftige mich ja auch super viel mit dem Thema Persönlichkeitstypen und ich habe das Gefühl, dass manche Sprachen der Liebe, es passt nicht auf jeden, das habe ich gemerkt, es passt nicht überall, aber ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein bisschen ein genetischer Aspekt ist, je nachdem, wie das Gehirn funktioniert. Beispielsweise, falls ihr drin seid, sonst könnt ihr diese Information einfach ganz gepflegt ignorieren, aber ich werde hier und da vielleicht meinen kleinen MBTI-Persönlichkeitstype-Fact mit reinhauen, so wie ich das vermute, dass beispielsweise Personality-Types wie ESFP, Leute, die zum Beispiel die Funktion Extroverted Sensing haben, also alles, was mit äußeren Informationen und Sensorik zu tun hat, häufig zum Beispiel die Sprache der Liebe sprechen, die mit Anfassen und Körperlichkeiten zu tun hat und so und Menschen, die vielleicht eher intuitiver Natur sind, ganz oft über Gespräche gehen und sowas, aber das ist alles nur eine Vermutung und stimmt, ich würde sagen, so immer, wenn ich überprüfe, in sieben von zehn Fällen, das heißt, es ist kein Beweis, aber das wollte ich nur mal noch so kurz anmerken für die Leute, die sich für das Thema interessieren. Beginnen wir mit der ersten Sprache. Erste Sprache der Liebe, über die wir hier sprechen könnten, wäre eine Sprache, die ich auch spreche, und zwar ist das Quality Time oder ich schaue mal gerade, Zweisamkeit heißt es auf Deutsch und das ist ungestörte Aufmerksamkeit. Egal, ob man zusammen etwas erlebt, ein Abenteuer erlebt, zusammen etwas macht, spielt und aber auch miteinander sprechen und wirklich offen und authentisch sich sagen, was abgeht oder sich über gemeinsame Interessen unterhalten, die teilen, also wirklich ungestörte Quality Time ist meine absolute Number One Sprache der Liebe, glaube ich, und super wichtig für mich. Also, wenn ich beispielsweise, um mal ein Negativbeispiel zu nennen, ich sage jetzt mal, ich erzähle Kevin, was voll Intimes von mir und dann auf einmal guckt er auf sein Handy oder schimpft über irgendwen im Straßenverkehr, weil es vielleicht sogar gerade wirklich gefährlich war, dann kriege ich ein ganz schlechtes Gefühl. Also, ich fühle mich ungeliebt dann. Das wäre quasi die Negativseite davon. Und das war für mich der springende Punkt, der hat alles verändert in Bezug auf die Art und Weise, wie ich mir Liebe zeige und wie bei mir komplett eine Disbalance reingekommen ist. Kommen wir erstmal dazu, wie kann man sich, wenn man diese Sprache der Liebe spricht, Selbstliebe zeigen. Ganz ungestört Zeit mit sich selbst verbringen, ohne dass man sich von sich selbst ablenkt, zum Beispiel durchs Handy oder durch den Fernseher, sondern wirklich bei sich ist. Wie geht das? Keine Ahnung. Für den einen sind es vielleicht Meditation, für den anderen, für mich ist es Schreiben. Wirklich aufschreiben. Meine Gedanken sind manchmal so schnell, dass ich die nicht richtig greifen kann. Und wenn ich schreibe, verlangsame ich meine Gedanken und dann komme ich so richtig krass bei mir an. Aber Quality Time ist eine sehr schwammige Kategorie, kann alles Mögliche sein. Es kann sogar sowas sein, wie zum Beispiel Netflix gucken oder Hörbücher hören, weil ihr eine schöne Zeit mit euch selbst verbringt. Aber es muss bewusst sein. Es muss wirklich Quality Time sein. Es darf nicht dieses sein, um mich von mir abzulenken und weil ich gerade negative Gefühle habe, mache ich Netflix oder den Fernseher an, gehe ich ans Handy oder die Sucht treibt mich wieder ans Handy oder so. Sondern es ist, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ihr hört irgendwie Musik oder ein Hörbuch und kocht dabei für euch oder ihr kocht auch einfach ohne irgendwas. Ihr geht mit euch essen, lesen, Sonnen, shoppen, Sport, Musik hören, schreiben, Dates mit sich selbst haben. Ja, das ist eigentlich der springende Punkt. Dates mit sich selbst haben. Ja, und das hat mein Leben komplett verändert. Diese Realisierung von Fuck, meine Nummer eins Sprache der Liebe ist Quality Time. Und der einzige Mensch, mit dem ich keine Quality Time habe aktuell, bin ich selber. Ich sorge dafür, dass ich mit allen rede, dass alle von mir Antworten kriegen, dass ich mich mit allen treffe, damit mich bloß alle lieben und niemand denkt, ich habe keinen Bock auf ihn oder keine Zeit für ihn. Aber die einzige Person, der ich eigentlich das Gefühl gebe, dass ich keinen Bock auf sie habe, bin ich selber. Bevor es mit den Sprachen der Liebe weitergibt, mache ich eine kurze Werbeunterbrechung für den Sponsor des heutigen Videos. Dabei handelt es sich nämlich um BookBeat. Das ist eine Hörbuch-Streaming-App mit über 800.000 Hörbüchern. Also sozusagen das Netflix oder Spotify, der Hörbücher. Da gibt es sehr viele Sachen, die ich euch empfehlen kann. Zum Beispiel die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Gibt es da nämlich auch, falls ihr ein bisschen tiefer gehen wollt. Oder Der Weg des Künstlers. Absolute Herzensempfehlung. Ich kann nur sagen, wirklich nichts auf der Welt bringt mich so sehr an mich selbst heran auf einer Quality-Time-Ebene, wie dieses Buch und die Übungen aus diesem Buch. Immer wenn ich das höre, verändert das mein Leben in dem Zeitraum, wo ich diese Sachen mache. Falls ihr aber auch einfach nur unterhalten werden wollt, empfehle ich euch noch Verity von Colleen Hoover. Da habe ich mir nämlich in die Hose geschissen. im Feld, als ich das gehört habe. Das war so spannend, das konnte ich nicht fassen. Ich höre das am allerliebsten, ehrlich gesagt, wirklich in Quality-Time-Momenten. Wenn ich zum Beispiel im Bad bin, mir eine Gesichtsmaske mache und dann so schön aufs Sofa lege, mit einem geilen Drink. Premium. Und falls ihr es noch nicht wusstet, einfach nur zu hören, schüttet GABA aus. Das ist ein Hormon und das beruhigt euer Nervensystem. Genau das Gegenteil von dem, was passiert, wenn man auf einem Bildschirm guckt. Just saying. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass man die Bücher offline hören kann. Also ihr könnt die runterladen. Ein paar Hörbücher in meinem Pocket. Falls ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, ich habe einen Code, der heißt Jocko. Damit könnt ihr zwei Monate gratis bei BookBeat reinhören. Ich setze euch die Infos in die Infobox, dann könnt ihr einfach klicken und starten. Kommen wir zur nächsten Sprache der Liebe, die ich nicht spreche. Lob und Anerkennung. Words of Affirmation. Also das sind Menschen, die ihre Liebe zeigen und sich auch geliebt fühlen, wenn sie, ja, Lob und Anerkennung erfahren. Das kann zum Beispiel sein, ihr schreibt kleine Zettelchen für euren Partner. So dieses typische, keine Ahnung, der macht die Brotdose auf auf der Arbeit und da steht drin, du bist der Tollste der Welt oder so. Jemandem sagen, du bist toll, du machst das gut, du kannst stolz auf dich sein, ich liebe dich so doll. Keine Ahnung, Lob und Anerkennung halt, genau. Jetzt ist die Frage, wie wendet man das auf sich selbst an? Und das ist, also ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die die Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung sprechen. Ich habe auch das Gefühl, dass das besonders wichtig ist bei Leuten, die vielleicht sogar sehr negative Glaubenssätze mit sich haben. Also, dass das so der Gegenspieler dazu ist und vielleicht da sogar besonders gebraucht wird. Also Leute, die denken, ich bin nicht gut genug, ich mache das immer scheiß, jetzt habe ich das schon wieder verkackt. Dass das häufig auch Menschen sind, die vielleicht genau diese Liebe von sich selbst für Lob und Anerkennung irgendwie, dass jetzt denen ein gutes Gefühl schenken könnte, mal ein neues Gefühl auch zu kriegen, was Gutes zu sich selber zu sagen. Vielleicht seid ihr aber auch fein mit euch und ihr sprecht die Strache Lob und Anerkennung auch und fühlt euch geliebt, wenn andere Leute sowas zu euch sagen und da könnt ihr zum Beispiel genau dasselbe tun für euch selbst. Ihr könnt euch Zettelchen schreiben, verteilt kleine Zettelchen in der Wohnung, wo draufsteht, du bist toll, an den Spiegel, du bist wunderschön, du kannst stolz auf dich sein oder, keine Ahnung, an den Kühlschrank, hier sind ganz viele leckere Sachen, nur für dich drin. Keine Ahnung, so war es, dass ihr denkt so, oh mein Gott, wie schön, dass ich das für mich selbst gemacht habe. Und was hier glaube ich auch besonders gut funktioniert, sind diese ganzen Sachen, die man in diesem Persönlichkeitsentwicklungs- und spirituellen Kontext findet zum Thema Glaubenssätze. Hängt euch Affirmationen und Glaubenssätze überall hin, auf euer Handy, sowas wie, ich bin wundervoll, ich ist ja wie das mit den Zettelchen, ich bin wundervoll, ich bin toll, ich bin stark, ich kann stolz auf mich sein oder du, je nachdem, was ihr mehr fühlt. Sowas hilft super gut. Also ich würde es einfach nennen, hype yourself up oder macht eine Liste auf eurem Handy oder auf einem Zettel und schreibt alle Dinge auf, die ihr an euch toll findet und macht die immer wieder auf, wenn ihr down seid. Das sind so die Sachen, die mir eingefallen sind, aber können ja nochmal die Leute, die das sprechen, unten in die Kommentare schreiben, wie sie das machen. Die nächste Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit oder Sensual Touch heißt es auch auf Englisch und das ist alles, was mit dem Körper zu tun hat, mit Berührungen zu tun hat. Also wenn wir jetzt beispielsweise jemand anders Liebe zeigen wollen würden, wäre das durch eine zugewandte Körperhaltung, also dass man mit dem Körper nicht abblockt, dass man körperlich offen wirkt, wenn man mit jemandem spricht. Das sind Berührungen, Umarmungen, Kuscheln, da würde auch Sexualität mit reinfallen. Also alles, was so über Zärtlichkeiten geht. Wenn ihr das auf euch selber anwenden wollt, denkt man erstmal, jetzt soll ich jetzt machen, mich selbst umarmen. Ja, zum Beispiel, ich spreche zum Beispiel die Sprache der Liebe, Zärtlichkeit nicht so doll. Deswegen, wenn ich auf irgendwelchen Retreats oder Workshops war und wir sollten uns selbst umarmen, dann war ich so, okay, ich mache jetzt einfach mal mit. Oh wow, die fühlen sich alle richtig doll. Oh mein Gott, bin ich ein kalter Klotz? Was ist denn los? Also so war das, weil ich das gar nicht so doll fühle, so dieses sich selbst umarmt. Also ganz ehrlich, es löst einfach gar nichts in mir aus. Weder was Positives noch was Negatives ist, so als würde jemand sagen, keine Ahnung, streck mal dein Bein aus. So irgendwie ist einfach nur so Druck auf meinem Körper. Aber wenn ihr die Sprache der Liebe, Zärtlichkeit sprecht, dann könnt ihr das mega gut auf euch anwenden, indem ihr euch beispielsweise umarmt. Oder wenn ihr euch eine Gewichtsdecke kauft, kennt ihr diese Gewichtsdecken, wo dann so 10 Kilo auf euch drauf liegen und ihr euch selber quasi diesen Druck geben könnt. Es kann dann super viel Oxytocin bei euch auslösen, dass ihr euch einfach geliebt und gut fühlt. Alles was mit dem Körper zu tun hat, zum Beispiel auch im Pflegebereich, also zum Beispiel sich eincremen, sich peelen, sich massieren, vielleicht wollt ihr euch so einen Massagestab besorgen oder auch beispielsweise ein Vibrato, also auch Masturbation, sexuelle Zeit mit sich selber. Genau. Und aber auch alles, was sich gut auf der Haut anfühlt. Also vielleicht wollt ihr euch irgendwie eine schöne Decke mit einem schönen Stoff kaufen oder Pyjamas oder Unterwäsche und alles was sich irgendwie so gut auf der Haut anfühlt. Ja, genau. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ihr euch bei dieser Sprache der Liebe Liebe zeigen könntet. Kommen wir zur nächsten Sprache der Liebe, die ich auch spreche. Und das ist die Sprache Geschenke. Kennt ihr diese Person, die immer gleich, die das perfekte Geschenk hat, die auch vielleicht immer ein zu teures Geschenk hat. Wobei, ja, es gibt einfach so Leute, die drehen sich in ihrem Leben sehr viel um Geschenke. Das bin ich. Ich musste lernen, wirklich, dass es Menschen gibt, die diese Sprache der Liebe nicht sprechen. Ich habe das früher nicht verstanden. Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel erzählt habe, so, boah, manchmal in Phasen, wenn ich gestresst bin, dann will ich gar nicht in den Arm genommen werden. Dann haben manche Leute mich so angeguckt und meinten so, okay, und was ist das für Kevin? Und ich dachte so, Alter, das ist das, woran ihr denkt? Und dann habe ich verstanden, jetzt mittlerweile, dass diese Menschen zum Beispiel die Sprache der Liebe, Zärtlichkeit und Sensual Touch haben und dann denken, oh krass, wenn sie gestresst sind, zieht sie Kevin die Liebe. Und so habe ich früher über Geschenke gedacht. Wenn mir Freunde erzählt haben, so, wir schenken uns nichts zum Geburtstag, wir schenken uns nichts zu Weihnachten, dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist so lieblos, dass sie, dass sie, dass sie so schlafen können, wirklich, weil das für mich so eine Bedeutung hat, weil ich meine Liebe so stark zeige, indem ich Menschen zuhöre und versuche herauszufinden, worüber sie sich freuen würden und dann irgendwann damit um die Ecke komme. Und das kann alles sein, das ist bei jedem Menschen anders. Das können Kleinigkeiten sein, wie man geht einkaufen und bringt der Freundin oder dem Freund oder der Mutter oder immer der geliebten Person den Lieblingsschokoriegel mit oder keine Ahnung, irgendwas, was sie super gerne mag oder isst und dass man einfach dran, hey, ich habe an dich gedacht, ich weiß, was du magst, ich sehe dich, ich weiß, wer du bist und ich weiß, was du dir selbst kaufen willst, deswegen bringe ich es dir mit, damit du dich gut fühlst. Ja, das ist die Sprache der liebe Geschenke und das, falls ihr diese Sprache sprecht, dann easy going, beschenkt euch selbst. Darin bin ich übrigens sehr gut. Mein Konto freut sich. Auf jeden Fall könnt ihr das machen, indem ihr euch Geschenke macht. Das können kleine und wie große Geschenke sein. Es kann sein, dass ihr euch einen neuen Pulli kauft oder einen neuen Lippenstift, whatever it is oder ihr führt euch zum Essen aus. Also wieder Überschneidungen zum Thema Quality Time, aber es kann auch ein Geschenk sein. Ich schenke mir heute, in ein leckeres Restaurant essen zu gehen und ich gebe mir das aus. Ich gönne mir das. Kommen wir zur Sprache der Liebe, Hilfsbereitschaft oder im Englischen Acts of Service. Ich muss sofort an meine Mutter denken. Menschen, die diese Sprache der Liebe sprechen, machen super gerne Dinge für Menschen, die sie lieben. Das ist jetzt nicht das People Pleasertum, sondern ich spreche jetzt wirklich davon, man macht das gerne, weil man jemanden liebt. Das bedeutet, man nimmt jemanden Sachen vielleicht im Haushalt ab, so, oh, du bist fertig, leg dich hin, ich mache die Wäsche heute für dich, komm, ich sauge für dich oder sowas halt. Ja, irgendwie eine andere Person entlasten. Darum geht es Liebe zeigen, indem man der anderen Person Aufgaben abnimmt und ihm oder ihr das Leben leichter macht. Solche Leute sind meistens die Ersten, die sagen, oh ja, oh ja, ich backe gerne einen Kuchen für dich, für deinen Geburtstag oder als erstes dir Hand heben, wenn du fragst, wer kann beim Umzug helfen. Ich wünschte manchmal, ich würde diese Sprache der Liebe mehr sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass das gesellschaftlich auch sehr gern gesehen wird, diese Hilfsbereitschaft. Ich tue es trotzdem, aber dann, die Leute liebe ich wirklich. Also oft ist es so, dass Menschen, die die Sprache der Liebe wirklich sprechen, auch wirklich gute Gefühle haben, während sie das tun. Ja, ich helfe anderen Menschen auch beim Umzug, aber einfach, weil ich die liebe und deswegen tue ich es trotzdem. Und andere sagen, ich mache das, weil ich jemanden liebe und ich mache das gerne, ich helfe gerne und so weiter. Sam, meine Freundin Sam, ist glaube ich auch ein bisschen so, wenn sie genug Zeit für sich selbst hatte, dann hilft sie auch richtig gerne und packt richtig gerne mit an. Ich finde, es ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Eigenschaft. Wie könnt ihr das nun für euch selber tun? Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, weil man jetzt erstmal so denkt, hm, ja, wie soll ich das für mich selber machen? Indem ihr Dinge für euch selbst tut. Zum Beispiel, vielleicht neigt ihr eher dazu, für andere Leute zu kochen, aber nicht für euch selbst. Da könnt ihr zum Beispiel überlegen, wie kann ich mir mein eigenes Leben leichter machen? Vielleicht räume ich heute mal für mich selbst auf, für mein eigenes, Wohlbefinden. Oder auch sowas wie, ich mache Meal Prep. Ich mache Meal Prep am Sonntag für mich selbst, damit ich es die ganze Woche leichter habe und mehr Zeit für mich selber habe. Also im Grunde genommen könnt ihr euch fragen, was kann ich für mich tun, um mein Leben langfristig besser zu machen? Das ist zum Beispiel eine Sprache der Liebe, die ich gar nicht spreche und die ich jetzt aber gerade versuche, für mich zu integrieren, weil ich mache es weder groß für andere noch für mich. Das heißt, ja, passiert nicht viel. Hat auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun, diese Sprache der Liebe. Ich mache jetzt jede Woche meinen Haushalt für mich, weil ich wünsche mir für mich, dass es ordentlich ist und dass ich eine schöne Umgebung habe. Also zusammenfassend würde ich sagen, macht etwas, wofür euer Zukunfts-Ich euch dankbar sein wird. So würde ich es zusammenfassen. Ja, das waren die fünf Sprachen und meine Interpretation davon, wie man sich das Ganze selbst geben kann. Ich finde einfach diesen Gedanken super schön, dass Liebe eben nicht einfach nur ein Gefühl ist, sondern auch die Konsequenzen daraus Taten sind, die man auch auf sich selbst anwenden kann. Sogar, wenn man vielleicht sogar mit Selbstliebe struggelt und zwar nicht mit den Taten, sondern auch mit dem Gefühl. Einfach mal ins Rollen kommen und diese Dinge machen, sie trotzdem machen. Sogar, wenn ihr sie nicht fühlt, sie trotzdem machen. Schreibt mir wirklich, das fände ich so cool, wenn ihr mir einmal in die Kommentare schreibt, bei welcher Sprache der Liebe habt ihr euch wiedererkannt? Wie zeigt ihr euch das selbst? Also, was macht ihr für euch selber, um euch gut zu fühlen? Und wo hapert es vielleicht auch? Also, mich würde es mega interessieren, ob vielleicht jemand von euch denkt, so krass, so habe ich das noch nie gedacht. Das und das mache ich gar nicht für mich. Das würde mich halt so interessieren, weil für mich war das irgendwie voll der Aha-Moment. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es für den einen oder anderen von euch auch so ist und das jetzt nicht sinnlos war, dass ich das erzählt habe. Und das war es vor mir. Ich knutsche euch. Ihr seid süß und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hatte Tschüss.